denn wie heißt es so schön willst du viel dann spiel ein spiel oder war das so was habt ihr gesehen wieder der hat mich ganz komisch angeschaut hier die kleine fette plunze was seid ihr hier seid ihr zusammen seid ihr ein pärchen hallo seid ihr ein pärchen kann ich mit knutschen hallo so wir sind hier im wonder square wo ist das wonder hier können wir hier rein was ist denn da welcome coming soon attraction attraction was was für eine attraktion das will ich sehen spielen 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 was so junges fräulein darf ich hier spielen du hast neu gp also verpisch dich was tauscht deine der hier gpa taussteine hier gp gegen preise möchtest du tauschen ich kann nichts tauschen ich hab nichts ich bin nichts und ich kann nichts so hier am resting am ring mega sumo ein spiel 100 kill ich versuche es mal okay was müssen wir drücken nehmen wir mal ein sumo ringer oder bitte die ok mehr mal okay ich bin bereit gewonnen jawohl so was habe ich ein gp ein gp dafür dass was moment mal das muss nicht noch mal hier sumo ring da kommt schon 3 2 1 stoßen hat den habe ich weg gestoßen so komm gibt mir mal nächste level hier haben wir noch ein bisschen was schwerere da nehmen wir mal den ringer okay okay so warte wie mache ich das okay mein arm das haben die gut gemacht oder das ist so als ob ich da selbst gedrückt hätte denn mein arm tut auch weh na toll was ist denn das für ein wie soll ich denn die tastatur nehmen hier um zu drücken moment mal ich versuche es mal anders sumo ringer ne quatsch sumo ringer das ist ja ein lappen da brauche ich nix komm herr hier ja 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 hey süß hast du gesehen ich habe den kalt gemacht also ehrlich beim ringer wird es richtig schwer hier moment noch mal akklimatisieren so jetzt komm herr du misst ja 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 2 gp was wie lange soll ich hier drücken um preis zu kriegen das geht richtig auf die arme ja gut gucken wir mal was wir noch so haben was ist das hier also hey geh mal weg da ist mein automat hallo was macht ihr hier hallo hier braucht man wirklich eine menge geld hier braucht man wirklich kann ich da nichts machen oder was hier braucht man wirklich eine menge du wiederholst dich du warst das hier super drunk was super dank ah basket beispiel ein spiel was okay halten um kraft aufzuladen okay loslassen und zu schießen okay ich versuche ich bin hier ich bin der basketball man hier was wie was schon moment noch mal und hab was denn halte ich zu lange gedrückt was denn das bin beschiss guckt ihr euch mal an wie sie mir mein geld aus die tasche ziehen und ja kann ich noch mal das war ein bisschen schwach was habe ich gewonnen so also die sind hier relativ sparsam mit ihren gps oder moment mal ich zeige euch mal was das war ein bisschen zu lasch oder ein bisschen lasche dampf gucken hier so noch mal und jawohl so das mache ich jetzt durch weg mist man muss genau den abstand finden wie lange man gedrückt halten muss ich bin bei pleite glaube ich was mache ich was was habe ich getan noch ein spiel ich werde züchtig hier sag mal bist du ein bisschen schwach auf den armen hier nimm mal ein bisschen rücksicht meine brieftasche ist bald leer 1 und 2 3 auch noch gezielt oder ja und man habe ich eine glücksträhne nein nein wieso sag ich das wieso sag ich okay komm einmal machen wir noch wir können hier sowieso beim ersten besuch noch nicht alles spielen aber wir können alles geben was ich habe doch nicht so lange gedrückt gehalten noch ein spiel noch ein habe ich noch ich weiß gar nicht wie viel gps wir brauchen Ich bin unwissigbar. Nein! Ich sollte einfach meinen dreckigen Scheißmaul halten, glaube ich. Wie viel Geld haben wir denn noch? Och, naja, 7000. Da können wir ruhig noch ein bisschen was machen. Einmal noch. Kommt, einmal will ich noch. So, Nummer 1. So, 10 Stück jetzt hintereinander weg. Ich bin abgerutscht auf der Tastatur hier. Moment, einen mache ich noch. Einen habe ich noch. So, 1. Das macht irgendwie süchtig. 2. 3. 4. Ich bin gut. Und 5. Ich bin unsichtbar. Ich bin unbesichtbar. Ich sage nur, ich halte jetzt einfach meinen dreckigen Scheißmaul und gehe einfach weiter. Das wird mir hier zu peinlich. So, was haben wir denn noch hier? Was ist denn das da hier? Du hast 23 GP. Tausch deine GP in gute Preise. Möchtest du tauschen? Ja. Was kriege ich denn? Oh, ein Trank. Äther. 20. X-Trank. Was ist ein X-Trank? Turbo-Ether. Gold-Ticket für 300 GP. Und Fragezeichen für 500 GP. Ich habe keine Ahnung. Wir haben einfach zu wenig. Gold-Ticket wäre interessant, weil wir dann nicht immer 3000 Eintritt zahlen müssen. Ah, komm, komm. Einmal mache ich noch. Einen mache ich noch. Ich versuche es. So, jetzt zeige ich euch mal den Super Dunk Master Cloud. Ja, ich gehe wieder weiter. Ich gehe weiter. Das hat ja gar keinen Sinn. So, schauen wir mal. So, können wir auch hier irgendwas? Schade, die kleinen Automaten können nicht ran. So, wo geht es hier lang? Oh. Was haben wir denn hier alles? Oh. Spili, Spili. Was bist du? Hallo? Ich bin hundemüde. Ach, das? Das außer Betrieb. Was ist das hier? Ist schon okay. Spiel ruhig weiter. 3D-Kämpfer. Einspiel 200 Kühl. Wie mache ich denn das? Ach so. Ähm. Wechsel. Abbruch. Was wechseln? Ja, komm. Der erste mit 10 Punkten. Okay, ich versuche es mal. Was müssen wir machen? Hallo? Komm, dir haue ich in die Fresse. Dir haue ich in deine dreckige Fresse. Ja. Au. Haha. Aua. Komm her. Ich haue dir in deine dreckige Fresse. Ja, siehste. So einfach geht das. Sag mal. Hier. Merkst du nicht? Du machst immer dasselbe. Ja, ja. Komm. Ja. Ja. Komm. Bam. Rein in deine dreckige Mistzwiebel. Sag mal. Kann die überhaupt irgendwas irgendwie hier? Ja. Sehr schön. Hahaha. So. Der nächste. Nächste Opfer. Komm her hier. Was bist du denn für eine fette Zwiebel? Aua. Aua. Ja. Hier. Schön rein in deine fette Fresse. So. Ähm. Wo ist denn hier noch eine Taste? Ah. Da ist auch noch eine Taste. Also müssen wir die drei Tasten hier bedienen. So. Aua. Nein. Aua. Ja. Schön rein. Ja. Aber so gefällt mir das. Ja. Aua. Aua. Nein. Nein. Nicht hauen. Komm. Aua. Wieso haut der mich hier? Was soll denn das? Komm hier. 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 Komm. Komm. Nein. Mich doch nicht. Au. Äh. Äh. Habe ich was gewonnen? Was? Ich habe gar nichts gewonnen. Moment mal. Moment. Hier. Nochmal. Jetzt gibt es richtig in deine... Äh. Ja. Jetzt gibt es die Haue. Pass auf. Ach. Jetzt stehe ich auf der anderen Seite. So. Hier. Straight. Immer schön rein in deine Mistzwiebel. Ja. Aua. Ja. Nein. Nein. Da habe ich getroffen. Ja. Ja. Bist du so behämmert? Warum machst du mal dasselbe? Ja. Auseinander gebankt. So. Jetzt kommt wieder die fette Plunze hier. Komm mal her hier. Oh. Oh. Ich habe Angst. Komm her. Au. Au. Ja. Au. Aua. Aua. Ja. Komm. Nein. Ja. Nein. Nein. Ein. Der trifft mich ja andauernd. Hallo. Na. Komm. Nein. Nein. Oh. Der macht mich andauernd fertig. Oh. Ne. Ne. Jetzt gehe ich weiter hier. Probieren wir später nochmal. Was ist das hier? Mock Haus. Ein Spiel. 100 Gil. Versuchen. Was müssen wir jetzt machen? Das ist Mocks Haus. Es steht im Mockwald auf dem Mockberg. Ein neuer Tag im Leben eines Mocks bricht an. Dieses Jahr wird Mock Pinapopupupu Jahre alt. Das sind 28 Menschenjahre. In diesem Alter sollte sich Mock nach einer Partnerin umsehen. Ja. Was? Bevor Mock jedoch erwachsen wird, muss er zunächst fliegen lernen. Ja. Wie veranlassen wir das? Obwohl Mock jeden Tag fleißig übt, scheint er immer noch nicht abheben zu können. Ja, ja, ja. Ein bisschen kleine Flügel, oder? Ja, und da siehst du das. Das ist doch schon mal halbwegs gut sah das aus. Sieht aus, als muss er noch einiges lernen. Jetzt bist du dran. Hilf Mock zu fliegen, indem du Okay und Mock mit seiner geliebten Koponus fütterst. Aber gib ihm nicht zu viel. Wenn er zu dick wird, kann er nicht mehr fliegen. Gib ihm deine Koponus. Komm, da hast du eine. Ja, dann hol sie dir. Ja. So, ich denke mal eine. Komm, gib mir noch eine. Oder? Ja, komm. Eine kriegt er noch. Ja, ja. Massier dir ruhig den Bauch. Ja. Nein, das wollte ich jetzt gar nicht. Jetzt hat er drei. Drei sollten reichen. So. Na dann. Äh. Ja. Wieso geht's nicht weiter? Hallo, hier. Kriegst du halt noch eine Nuss? Ja, ja. Ich verstehe das nicht. Wornach? Komm, hier. Kriegst du halt noch eine? Guten Hunger. Ah. Was jetzt? Ja. Okay, was? Jetzt kommt der Flugversuch. Oh, es scheint... Mock will jetzt noch einmal versuchen. Ja, 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 komm, komm. Ja. Hä? Er hat es geschafft, er kann fliegen. Jetzt ist er endlich ein ausgewachsener Mob. Hä? Ich hab doch nur... Ich hab ihm doch nur Nüsse gegeben. Ich hab das, glaub ich, noch nie geschafft. Wie, 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 wie... Was soll das denn? Wie geht denn das? So, was macht er jetzt? Jetzt geht er wieder nach Hause. Ja, tschüss. Müde und doch entspannt macht unser Mock das Licht schon früh aus und geht ins Bett. Gute Nacht und schlaf gut. Och, nee, jetzt kommt der nächste Tag. Oh, was ist das? Da kommt ein weiblicher Mock. Bopp. Ja, 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 du gehst schon... Hallo? Klopf, klopf, wer ist da? Ja. Er mag sie anscheinend auch. So, jetzt wird's spannend, weil ich hab keine Ahnung, was jetzt hier passiert. Wird Mock vor ihren Augen einen eleganten Flug hinlegen? Hilf ihn mit ein paar Koponüssen. Oh man, wie viel haben wir ihm gegeben? Fünf? Dann müssen wir mal gucken. So. Ja, massiert ihr schön die Wampe. So, lalala. Ich weiß nicht, ob die Abstände, wie wir die Nüsse dazu schmeißen, eine Rolle spielen. Aber drei habe ich ihm gegeben, dann habe ich ein bisschen überlegt. Und dann habe ich ihm noch zwei gegeben. Persönlich. Ach. Jetzt bist du schon satt? Der hat irgendwelche Bewegungen gemacht, oder? Komm. Oh. Jetzt kommt's. Los, zeig, wie du fliegen kannst. Ja, will du es noch einmal versuchen? Bitte, komm, komm. Mach... Das wird peinlich, wenn du das jetzt nicht schaffst. Komm, komm. Komm. Ja, ja. Er fliegt. Mock hat es geschafft. Ey, ich dachte, das geht gar nicht. Ich dachte, er fällt wie so ein Amboss nach unten. Ey, ich habe das noch nie geschafft. Das ist Premiere hier. So, Hauptsache, ich habe jetzt irgendwas gewonnen. Sie muss ihm in seinen graziosen Flug verfallen sein. Natürlich. Wenn ich das mache, dann gewinnen wir immer. Einige Zeit später. Was? Noch was? Es scheint bei ein... Es scheint bei seiner neuen Mockfreundin gut voranzukommen. Es ist Zeit für eine kleine Verabredung im Wald. Ihr Name ist Mock. Sie ist ein gutmütiger Mock. Mock. Genau. Wischmock. Mock und Mock. Okay. So, jetzt gehen sie in den Wald. Der Pilze flicken, oder was? Viel Glück euch beiden. Mock und Mock. Mögt ihr viele, viele gesunde Mocks bekommen. Hä? Was? Ja. Das ist ja eine ganze Fußballmannschaft hier. Ja, ja. Ja, hallo. Ja, jetzt ist es aber gut. Oder? Ja. Schön. Auf die Fresse gefallen. Hä? Na, komm schon. Steh auf. Ja, so ist es schön. So, haben die das jetzt nun geschafft? Äh. Das ist kein Problem, glaube ich. Ja? Ja, ja. Ich winke. Tschüss. Ach, Ende. Ach, da steht es ja. Ja. Tschüss. So, und jetzt gib mir meine Kohle hier. Habe ich was verdient? Wie? Jetzt wird es... Ich habe gar nichts bekommen jetzt, oder? Moment mal. Das checke ich gleich mal unten nach. Das kann ja wohl nicht sein, dass wir hier nichts bekommen. So, hallo. Ich bin so gefesselt davon. Das glaube ich. Ich bin so gefesselt davon. Weg da! Weg da! Ah, ist meins! So, also hier 3D-Kampf hier. Da werden wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen was rumknüppeln. So, was ist das hier? Hallo? Nee, ich höre nicht auf, bevor ich es nicht durch habe. Was? Ich klatsche dich gleich da runter. Und du? Hui! Bam, 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 bam. Ich musste einfach schreien. Da ist noch was. Was ist das hier? G-Motorrad. Ein Spiel, 200 kill. Benutzen sie die Pfeilpaste, links angreifen, rechts angreifen. Wenn der Laster angegriffen wird, verlierst du Punkt. Was? Äh. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie gut ich Motorrad fahren kann, dann schaltet gleich wieder ein.